Viral.Blutrausch von Marc Benecke. Es liest Gabriele Blum. Vorspiel. Wie ungewöhnlich. Peterson lehnte sich gegen ihren Wagen und hielt für einen kurzen Moment den Atem an. Diese Stille. Sie konnte sich nicht daran erinnern, wann sie die große Stadt das letzte Mal so friedlich erlebt hatte. Vielleicht, dachte sie, liegt es am Wetter. Es war kalt geworden. Und vor ein paar Tagen da war dieser Nebel aufgezogen, dieser schwere Nebel, der die Stadt wie eine graue Wolke eingehüllt hatte. Peterson konnte kaum etwas erkennen. Die Hauptkommissarin griff in die Tasche ihres Trenchcoats und zog sich eine Packung Zigaretten hervor. Elendige Angewohnheit. Hatte sie schon längst aufgeben wollen. Aber es half ja nichts. Christine Peterson war jetzt Mitte 50. Ihre Ernährung war scheiße, ihre Schlafgewohnheiten waren scheiße und irgendwie musste sie ja durch den Tag kommen. Sie fischte sich eine Kippe aus der Packung und steckte sie sich an. Also gut, rief sie schließlich, drückte sich von ihrem Auto ab und ging ein paar Meter in Richtung des abgesperrten Tatorts. Was haben wir denn da? Die Spurensicherung hatte schon begonnen, nach Hinweisen zu suchen. Eine junge Frau, Anfang 20, Todesursache völlig unklar. Peterson beugte sich unter dem Absperrband durch und hockte sich neben die Leiche. So habt ihr sie gefunden? So haben wir sie gefunden. Die Hauptkommissarin zog die Augenbrauen hoch. Wie lange machte sie diesen Job jetzt schon? 26 Jahre, 27? Sie hatte aufgehört mitzuzählen. Sie wusste nur, dass sie in diesen Jahren so einiges gesehen hatte. Viele merkwürdige Gestalten, viele Morde, viele Tote. Und einige davon waren wirklich sehr übel zugerichtet. Aber das hier? Sie legte den Kopf schräg und betrachtete die Leiche. Ein hübsches Mädchen, dachte sie. Wer kam nur auf die Idee, so etwas mit ihm anzustellen? Peterson stand auf und schaute sich um. Die Leiche befand sich mitten auf einer vielbefahrenen Hauptstraße. Hier hatte man sie abgelegt. Aber nicht einfach so. Das Mädchen trug einen weißen Bademantel. In seiner linken Hand hatte es eine verwelkte Blume. In der rechten einen Schädel von einem Hund oder einer Katze, dachte Peterson. Offenbar wollte man, dass sie gefunden wird. Hat sie irgendwelche offensichtlichen Verletzungen? fragte sie einen der Polizisten. Nichts, gar nichts. Peterson nahm noch einen Zug von ihrer Zigarette und betrachtete das Mädchen. Sie sah ungewöhnlich weiß aus. Eine echte Schneewiedchenleiche, dachte sie. Aber vielleicht lag es auch am Licht. Christine Peterson schaute sich um. Doch der Nebel verschluckte alles. Bloß das flackernde Blaulicht drang ein wenig aus der Wolke grauer Feuchtigkeit hervor. Wer hat sie gefunden? Ein Pärchen, zwei Jogger. Sie sitzen im Krankenwagen, stehen leicht unter Schock. Peterson nickte, stand auf, streckte sich einmal und ging zu dem Krankenwagen, der etwas abgelegen von dem Tatort entfernt stand. Auf der Einstiegstreppe saßen zwei junge Leute. Bestimmt Studenten, dachte sie, nicht älter als das tote Mädchen. Sie waren in eine Decke eingehüllt. Der Junge hatte seinen Arm tröstend auf die Schulter seiner Begleiterin gelegt. Sie trank aus einer Tasse mit dampfendem Tee. Peterson streckte den beiden ihre Zigarettenschachtel entgegen. Sie schüttelten den Kopf. Peterson, Kriminalpolizei. Sie haben die Leiche gefunden? Das Mädchen nickte. Können Sie mir erzählen, wie es dazu kam? Keine große Geschichte, sagte der Junge. Wir waren gerade joggen, eine Runde am Fluss entlang, und dann lag sie da. Einfach so. Gott, ich wäre fast über sie. Er brach ab und verzog das Gesicht. Wer macht denn sowas? Fragte er. Wer legt denn einfach eine Leiche mitten in die Stadt, direkt an eine Hauptstraße? Das ist doch irre. Ist es, sagte Peterson, die dasselbe dachte. Sie klopfte dem Jungen auf die Schulter. Ihre Personalien wurden schon aufgenommen? Die beiden nickten. Dann gehen Sie nach Hause. Sollten wir noch etwas benötigen, dann melden wir uns. Peterson atmete tief durch. Die Staatsanwaltschaft würde wahrscheinlich eine baldige Obduktion der Leiche veranlassen. Irgendwas stimmte nicht. Das wusste Daniel Richter sofort. Er war jetzt schon seit einigen Jahren dabei. Er hatte vieles gesehen, vieles erlebt. Aber noch nie hatte er einen solchen Anruf bekommen. Nicht von ihm. Nicht vom Professor. Kommen Sie sofort vorbei, hatte der Alte nur gesagt. Das ist etwas, was Sie sich ansehen müssen. Ungewöhnlich. Wirklich äußerst ungewöhnlich. Und das auch noch an einem Sonntagvormittag. Eigentlich hatte Richter ja schon Pläne für sein Wochenende gehabt, aber die mussten jetzt erst einmal warten. Da war er vielleicht auch zu sehr Opfer seiner eigenen Neugierde. Der Assistenzarzt zog sich eine Jacke über, setzte sich auf sein Fahrrad und machte sich auf den Weg. Es war kalt geworden. Draußen waren nur wenige Menschen unterwegs, aber die Luft war angenehm frisch. Das kann der Professor nur haben, fragte er sich. Er war wirklich nicht der Typ für geheimnisvolle Anrufe? Und der Professor war erst recht nicht der Typ, der sich über ungewöhnliche Entdeckungen sonderlich begeistern konnte. Es musste also schon etwas Außergewöhnliches vorgefallen sein. Nach einer Viertelstunde erreichte Richter die Rechtsmedizin. Er stellte sein Fahrrad ab und betrat die altehrwürdige Einrichtung durch die Hintertür. Schon als er durch die weiträumige Eingangslobby schritt, hörte er laute Musik durch die Gänge schallen. »Stirb nicht vor mir«, glaubte er herauszuhören. »Das war typisch«, dachte er und grinste. Richter betrat den Obduktionssaal. Der Raum roch nach Lindenblüten und Muff. Eine Mischung aus den Gerüchen der uralten Kühlung und der Fäulnis von Leichen, die erst spät in ihren Wohnungen gefunden wurden. Vor ihm stand Professor Frenzel direkt vor einem Tisch, auf dem eine Leiche lag. Das Radio war auf volle Lautstärke aufgedreht. Der Professor war zwar beim Gesundheitsamt angestellt und hatte gar keinen Lehrtitel an der Universität, aber jeder nannte ihn respektvoll trotzdem so. Er war ein kleiner, dickbäuchiger Mann mit langen weißen Haaren und einem dichten Vollbart. Unter seinem geöffneten Kittel trug er ein knallbuntes, vorwiegend gelbes Hawaii-Hemd und eine kurze Bermuda-Hose. »Na, Herr Professor, Sie haben wohl noch gar nicht mitbekommen, dass der Sommer schon wieder vorbei ist«, lächelte sein Assistent. Doch der Professor ging gar nicht auf den Spruch ein. Gedanken verloren stand er vor dem toten Körper der jungen Frau, die hier lag. »Ah, Richter«, sagte er, »kommen Sie, kommen Sie, das müssen Sie sich ansehen.« Richter stellte sich neben seinen Chef und betrachtete die Leiche. Eine junge Frau, schätzungsweise Anfang zwanzig, auf den ersten Blick keine äußeren Gewalteinwirkungen erkennbar. Richter schaute zu dem Professor, der sich ganz in der Leiche verloren hatte. Er wirkte nicht ganz anwesend. Zwar hatte er ein Skalpell in der Hand, aber mit der Obduktion noch gar nicht angefangen. »Fällt Ihnen nichts auf, Richter?« »Doch«, sagte er, »die Leiche war ungewöhnlich hell. Nein, sie war schneeweiß.« »Hat sie einen Blutmangel?«, fragte Richter. Der Professor drehte sich zu ihm und schaute ihn an. »Nein, Richter, sie hat so gut wie überhaupt kein Blut mehr im Körper.« Jetzt verstand der Assistenzarzt erst, was den Professor so faszinierte. Er ging noch einmal um den Obduktionstisch herum, um zu erkennen, ob es nicht doch irgendwo eine mögliche Austrittswunde gab. Aber da war keine, zumindest nichts Offensichtliches. »So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen,«, sagte der Professor. »Irgendjemand hat dieser Frau beinahe ihr komplettes Blut aus dem Körper entfernt.« Teil 1 Das war er, der perfekte Augenblick. Bastian Becker hatte den Gipfel erreicht. Die letzten Meter waren anstrengend, aber nun stand er auf dem vereisten Felsen und blickte auf die Welt hinab. Becker betrachtete die schneebedeckten Wälder und die einsamen, weiß eingeschneiten Hütten, die ihm zu Füßen lagen. Über seinem Kopf krächzten ein paar Vögel, während die Sonne langsam aufstieg und die gesamte Landschaft in ein sanftes, goldenes Licht tauchte. Was für eine Aussicht! Becker fühlte eine tiefe, innere Ruhe. Er stand dort direkt an der Klippe und atmete ein paar Mal durch. Wie friedlich von hier oben doch alles war. Becker zog sich ein Zigarillo aus der Jackentasche, steckte es sich an und nahm einen tiefen Zug. Er spürte, wie sich seine Lungen mit dem warmen Tabakdampf füllten. Es fühlte sich an, als wären die Sorgen und Probleme der vergangenen Monate einfach von ihm abgefallen. Als würden sie sich im Angesicht der atemberaubenden Natur ganz einfach auflösen. Er spürte, wie sich seine Lungen auflösen.